einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt ach wir müssen erst mal die einstellung machen dass der dunkle symbol gerade noch so zu erkennbar ist richtig so genau wir wollen den angezockt machen von achtung schululu keine ahnung achtung schululu oder so man ist ja auch ein titel ich werde es jetzt mit euch in 4k spielen ich gucke mal schnell auf dem tv hdr unterstützung hat nein nur 4k kein hdr ich spiele auf der playstation 4 pro ich kann hier auch im aufnahmeprogramm kein hdr anschalten ich werde das video nicht rendern nicht schneiden nicht bearbeiten nichts reines gameplay material dass ihr genau so seht wie ich das hier vor mir sehe und spiele damit ihr euch dann besseren eindruck dazu machen könnt wir wollen aber leicht und tutorial wollen wir aktivieren alles englisch mit deutschen untertiteln ich bin Black Sun, schwarze Sonne, was? Und das Logo von den Nightwolves sieht auch gut aus, mit dem Sägeblatt da sozusagen und oben die Krallen, mit dem Auge, sieht ein bisschen kindlich aus, bisschen kitschig, aber Majestic, ich sag mir auch was, da ist mal ne Serie, Majestic 12, was haben die denn aufgehört, die war auch gut. U.S. Sergeant Brandon Carter survived, after being blown off-forced by mysterious rulers. Gleeing into the arms of the forest, they go to ground in the abandoned Chateau de Norwich. There, they managed to get a garbled radio message back to HQs. And in response, London sends two of its finest special operatives, French resistance leader Ariane Dubois and Corporal Aki I. Singh. Their mission, rendezvous with Charlie Company and find out exactly what the Nazis are up in this ancient woodland, known as the Forest of Beel. Mamselle Dubois, Corporal Singh, your orders are to make your way behind and in line. Kamera, okay, jetzt mit das, mit R, O-Kamera, L ist Minus und L ist Maus bewegen. Okay, Rang weg. Da ist noch einer. Oh, wie er so einen rundenbasiert hat. Daneben. Oh, der ist tot. Gut. Okay. 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 Das ist gut. Oh, da ist noch einer. Alter. Ja, Mensch. Das Torch. Oh. Boomkopfschuss. Oh, nicht schlecht. Könnte ich die nicht durchsuchen? Ja. Ja. Oh. Ja. 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 Okay, die verschanzen sich. Ja. 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 So, der ist weg. 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 was haben wir denn hier schönes kurz lang das hat eine lange distanz das nehmen wir auf jeden fall mit rein so hat nun einmal weiter und das hat unendlich schuss magazin größe unendlich lassen wir lieber unendlich dann und endlich damals die schwarze hinteren da war nur immer granaten haben und nicht doch dein ernst ja wie ihr seht das passiert mir in letzter zeit immer öfters dass mir abkackt also nicht das spiel also ich meine allgemein passiert mir das öfters das spiel abkacken gestern zum beispiel dark side das also da ist ja das 3 ich weiß nicht ob es mit meiner playstation ob es mit der festplatte zu tun hat ob es die server sind letzte update war wir machen einfach auf kampagne fortsetzen und dann passt das schon und nicht dein ernst jetzt kann ich die scheiße schon wieder machen hier und dann 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 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 9 10 12 12 13 14 15 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 16 16 16 15 15 15 15 15 15 die bringen sich in deckung die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Also ich muss sagen, so ein rundenbasierter Deckungsshooter gefällt mir mehr Einfach eine klare Landkarte mit Versteckmöglichkeiten und so Ich habe jetzt schon einige Entdeckungsshooter Würde ich jetzt nicht sagen Aber Machen wir den zuerst Der ist weg Overkill So, wir gehen hier hin Machen wir den mal weg Scheiße Jetzt ist er aber weg Oh, der ist ja auch gleich weg Okay Ist daneben hier Okay Ah, der ist noch immer Den habe ich ja vorher Schon gesehen gehabt Der ist weg Das war der Name Taken ach daneben jetzt schießt die noch ab jetzt eigentlich ist er weg ich gehe mal hier hin und hier habe ich meine entdeckungschancen da ist noch einer 23 3 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der haut da drüben hin ab. Okay. Und der haut auch ab. Und der rennt da hin. Okay. Ich würde jetzt am liebsten erstmal mit denen vornehmen. Okay. Und der ist weg. Okay. And another. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, jetzt rennen die weiter weg. Die Türmen, die Feiglinge. Wo rennt der hin? Der ist weg. Da habe ich mal zwei Dinge, die man mit ihm laufen kann. Da gehe ich natürlich da hin. Um mir den Weg ein bisschen besser einzuteilen. So. 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 Hier habe ich jetzt noch zwölf Schritte frei. Oh, das sind genau zwölf. Das sind ja nur noch zwölf. Das ist jetzt der Feind am Zug. Das sind ja nur noch zwölf. Jetzt türmt der schon wieder. Was ist denn das für eine feige Sau? Das ist ja nur noch zwölf. So. 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 wie viele Punkte habe ich mit dir mit der Mütze überhaupt zwölf. Das ist ja auch zwölf. Gut, es ist weg. sind dann noch mehr auch hier sind auch noch welche auch soja mit einem panzer naja ganz toll mit dem panzer dankeschön mein schatz also nicht dass euch wundert meine frau hat mir ein tee gebracht so der ist aufgedeckt haben wir noch was wir haben natürlich jetzt nichts mehr frei doch mit dem haben wir noch zwei punkte frei so machen so ein feind ist am zug ach da hinten ist noch einer jetzt verkrümelt er sich nach da ist das ein feigling ich hoffe nur die panzer machen nix ach das noch einer und noch einer und auch da sind noch da sind noch mehr also kommen ganz viele ok ein bisschen taktisch vorgehen müssen wir sehr taktisch vorgehen hier sind zwei soweit ich das sehen kann würde ich mit den bieten erstmal hier hervorgehen müssen ja nicht gleich angreifen wir können uns ja erstmal in stellung bringen a3 sind da so ja wir bringen uns jetzt hier erstmal in stellung einmal und nachladen kostet 4 dann machen wir erstmal damit und nachladen können wir nachher immer noch machen zack der ist nämlich jetzt weg jetzt können wir nachladen und wir haben so einer zwei punkte über ist doch gut ich sehe dich doch mausi so ach hier sind immer noch zwei dann gehen wir mal da hin dann gehen wir mal mit dem scheiße das sind zu viele hier hinten und zu weit dann gehen wir mit dem wir kreisen mal die ein und machen die zuerst platt okay haben wir noch ich habe natürlich nichts mehr über also müssen wir jetzt warten bis der feind sind alle gemacht hat auch mausi und schmeißen du dich jetzt hier hin ist ja gut ist ja gut ist ja gut so hier bleibt du ruhig liegen muss papa spielen oder sind jetzt der haut ab hier roten sich gegen mich zusammen feind am zug wie lange ist denn der noch am zug okay okay und der ist weg okay 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 Das ist der Feind wieder am Zug. Der kommt hier hergerannt. Da kommt der hergebottet. Die kreisen mich ein. Oder versuchen es jedenfalls. Bringt den aber nichts. Da ist er. Mit dem gehe ich jetzt hier hin. Mal was riskieren. Der ist weg. Wieviel habe ich noch? Zwei. Der ist weg. Jetzt ist der auch weg. Und wir können mit dem vorziehen. Zehn. Machen wir mal lieber acht. Ich muss nicht unbedingt hinter der Mauer stehen. Das war's. 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 Das machen wir mal abbrechen und lassen wir den Feind mal ein bisschen was machen. mit dem Schwert, okay. Da kommen schon wieder welche oder was? Wollt ihr mich denn verarschen? Wie viel kommen denn da? Aber ich soll ja eigentlich nur hier abhauen. mit denen soll ich agieren. Ach. Das war's. Das war's. Wirklich. Jetzt. Das war's. 12 10 Okay. Ja, ist nur noch einer. Den haben wir gleich platt. Oh, was? Okay, dann machen wir so. Dann kriegst du das ab. Oh. Okay. 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 Da müssen noch welche sein, weil Feind am Zuchrat da hinten. Einer ist noch. Der geht da in Deckung. 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 Und noch mehr? Alter, wie viel sind denn das? Der geht da. Der geht da in Deckung. 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 Was machst du? Du gehst noch ein Stück weiter. Und dort warten. Nein, du gehst da noch weiter. Okay. Totwart. Kampf beendet. Endlich. Okay. Okay. ich siei nicht raus. Ich sie nicht raus. Ich sie nicht raus. Ich igual meine Mut. Berge die Karte. Aber wie sägen die Bergen? Ach, R2. Wieso konnte ich das jetzt nur mit ihr machen? Was soll ich da hier hin? Ich hab den Stern zu spät gesehen. Ja. 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 Ah, jeder kriegt einen Fähigkeitspunkt. Ich will das haben. So, kann ich mit dem das jetzt ausrüsten? Und dann nochmal die lange Distanz. So, was haben wir? Haben wir hier, hier können wir zusätzlich... Ist doch nicht... Wieso geht denn das nicht runter, ist ihr bescheuert? Erweitertes Magazin, kann ich nicht auswählen. Ach, ist doch nicht... Hier kann ich es auswählen. Gut. Dann haben wir hier auch noch was, wir können, das können wir dann alles jetzt nehmen. Gesundheit. Auf jeden Fall, die Hirntheit ist immer ganz gut. Fernkampfboost. Geschwindigkeit. Währendskraft. Fernkampfboost. Und Nahkampfmesser hier auf jeden Fall auch. Ja. Dann würde ich jetzt hier, ich bin schon viel zu lange dabei, beim Aufnehmen. Ich wollte eigentlich nur in Swim eine kleine Mission machen, das ein bisschen anzocken. Ich bin jetzt schon bei über einer Stunde mit bei. Wie gesagt, ich werde nichts rendern, nichts schneiden, gar nichts. Reines Gameplay Material weg, hochladen, das dauert dann halt auch was länger, weil das dementsprechend groß sein wird. Ich denke mal so um die 100 Gigabyte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wert, Träumchen. Achso, mein Fazit noch. Also ich finde den Deckungsshooter besser. Also wenn ich jetzt so die letzten, ach Deckungsshooter, also rundenbasierende Spiele, so wie ich es halt schon ein paar Mal jetzt gespielt habe, dann würde ich sagen, die sind Action-Ding, was ich für euch wahrscheinlich nicht gestern gespielt habe, auf dem dritten Platz und ja, Mutant und das, welches kriegt da den ersten und welcher den zweiten? Das ist ein bisschen leichter als Mutant, deswegen würde ich das auf dem ersten machen, aber Mutant sieht cooler aus. Aber es ist halt auch schwerer. Ja. So, dann würde ich sagen, dann wartet auch, wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin dann mal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.